Willkommen zurück zu Dead Island. Riptide! Wir nehmen mal direkt ein paar Quests hier wieder an. Ja, zwei Stück, aber irgendwie sehe ich die... Mit der Familie ist es glaube ich nur eine Side-Quest, deswegen switche ich die mal durch. Absolutely, da gibt es einen Wakizashi. Absolutely, ein Wakizashi, wieder ein Katana. Klingt danach. Genau, dieser Hubschrauber ist unsere einzige Hoffnung. Als ob der noch ganz wäre, sind die fertig. Wenn hinten das Ding kaputt ist, dann können die nur hoch und runter. Ja, vor allem, die, äh, ich hab die genau, oder du warst da, ich weiß grad nicht. Wer war denn da nochmal mit dem Raketenwerfer? Ich glaub du. Ne, der andere. Du hast genau, oder der hat genau die hintere Stelle getroffen, da wo die am brüchigsten ist. Also normalerweise müsste da sowas von weggeplatzt sein. Moni! Voll geil, wie man jetzt nur noch Schusslappen kriegt als Belohnung, ne? Ja, die passen halt an. Vor allem, was will ich mit einem Streit kommen? Genau denselben hab ich schon gekauft. Was will ich damit? Kannst du nochmal holen. Ja, geil. Gut, drei Meter bis zum Ziel, yeah! Können wir hier einfach drüber springen? Ne. Molotov in der Hand genommen, ey, ich krieg zu viel. Geht nicht. Ah, hier, komm mal zurück, komm mal zurück. Stufe 2 benötigt. Hier unten. Boah, das zieler, das zieler. Ich hätte das skillen sollen. Alter! Todsicher Feuerstoßgewehr. Todsicheres. Mit 7100 Schaden. Hast du die auch? Ja, aber das andere Gewehr von mir hat 8000 Schaden. Ja, aber ist doch schon geupgradet, oder? Ja. Ja, vor allem jetzt wie stark das denn ist, wenn du das upgradest. Ja, super, ey. Warte, ich geh mal zur Werkbank. Ja, ich frag mich grad, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Für mich, Führer. Komm einfach zu mir. Ach so, hier ist die. Da ich ja ein bisschen Geld habe. Alter! Das ist krass. 10.000. Ich hab nicht genug Geld, um die zu ver... Alter! Schockgewehr oder Detoxgewehr? Giftig ist das. Schockgewehr ist, glaub ich, effektiver. Vielleicht nehmen wir auch Schockgewehr. Besser. Jetzt habe ich nicht genug Geld dafür. Möchtest du mich verarschen? Wie teuer ist denn das? 24.000, das Upgrade. Alter. Hab ich geholt. Ja, ich hab ja vorher mein Geld für Medikids ausgegeben. Hab ich auch. Er muss ja ihn verkaufen nochmal. Ja, ich auch. Alter, wird ja alles rumliegt. Ich muss... Also, ich werd schon... Wie geil das ist, ne? Das Feuerstoßgewehr bringt im Vorkauf. 4000. Habe ich, glaub ich, gerade 30.000 für ein Upgrade verwendet. Ein bisschen doof. Ah, die Diamanten kann ich jetzt endlich verkaufen. Die drei Stück, die ich hatte. Bringt das was? Ja, 1000 pro. Also jetzt ist so der Burner. Ach ja, ich behalte ihn mal. Wer weiß wofür. Stimmt. Boah, komm, jetzt sagen wir nicht. Ich hab nicht genug. Was kann ich denn noch verkaufen? Könntest du mir sogar Geld geben? Ne. Dir geb ich doch kein Geld. Ne. Wie viel brauchst du denn noch? Gute Frage, ich weiß... Ach, 200... 3.500, glaub ich. Guck mal, hier liegen ganz viele Waffen rum. Wenn ich die... Manu. Wenn ich die Waffe verkaufen würde, hätte ich noch nicht mal genug Geld, um die noch einmal zu upgraden. Ja. Ah, stimmt. Ja, das reicht. Voll lustig. Von wie dumm das eigentlich ist, weißt du? So von die Zombie-Apokalypse und dann sagen die so, ne, du musst dir aber Geld geben dafür, sonst geht das nicht. Ja, okay. Wie wollen sie das in einem Spiel bitte anders lösen und es fehlt immer noch ein bisschen Geld, aber nicht viel. Wo gibt's denn hier noch mehr Waffen? Ja, lass mal handeln. Nein, hier müssen noch irgendwo Waffen rumliegen. Oh, cool, Gewährmonie. Die haben ja gerade auch mal eben die halbe Menschheit ausgerottet. Deswegen muss da hier irgendwo was liegen. Drück mal F. Ja, komm, sonst... Wo bist denn du? Man, will ich dir die ganze Zeit hinterherrehen. Bleib doch mal stehen, du. Wo ist der? Ich seh den nicht. Hallo. Kann man denn Geld geben? Ne, kann man nicht. Oh, fuck. Handel abgelehnt. Ich guck mal, wie viel fehlt denn noch? Ja, 2000, 1600, super. Ja, komm. Überleg mal, vor allem ein so'n Schläger hat wahrscheinlich das Geld. Ja, klar. Was hat dir die Leiter runter oder was? Beim nächsten Teil, keine Ahnung. So toll, dass er wieder die Waffe abgelegt hat. Das ist echt schön. Macht echt Spaß so. Ich glaube, ja. So. Ich geh mal die Treppe runter an der Werkbank, ist sie? Ne Treppe. Boah, oh, ne Leiter. Wie lange das dauert hier, ne? Spring mal einfach. Ja, spring mal. Ist gar nicht hoch. Ja, vor allem hier ist ein Dach. Kein Schaden bekommen. Kein Schaden bekommen. Ja, toll. Tja. Wer ist mal gejumpt. So, jetzt bin ich aber richtig gespannt, denn... Ähm, Manu, wir gehen in die falsche Richtung, oder? Oder geht's? Keine Ahnung. Ja, okay. Ein bisschen OP vielleicht. Oh, fuck. Wie scheiße wir sind, wir den Waffen, die im Spiel da sind. Ja. Boah, seid ihr schlecht? Ich sehe schon, Schusswaffen macht direkt aus. Genau solche Kommentare kommen dann. Ich aktiviere. Okay. Ich kann auch aktivieren, sehe ich gerade. Weil da sind noch ganz viele im Wasser gewesen. Boah, boah. 17.000. Okay. Weißt du, aktivieren uns ja eigentlich immer, wenn gerade so eine Horde irgendwie wegen irgendwas angelockt wird. So. Genau, es gammeln die auf dem Dach rum, weil der von vorne nicht mal reinkommt, ne, durch die Fenster. Boah, ist das weit. Oh, hier sind einige. Oh, da hinten war gerade auch was Großes. Ich aktiviere mal eben. Ja. Lass, lass dir mal geruhen. Links, links, links. Oh, ja. Bevor die schreit. Ja, vor allem, das war sogar die, die schreit. Die hätten jetzt gerade alles versauen können. Nicht ballern. Vielleicht kann ich nur nach hinten gehen und noch mehr töten. Na, da war nur noch einer, den du voll übersehen hast. Da ist immer noch einer. Ja, den meine ich ja. Fuck. Achso. Äh, aber Level up. Cool. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal eben an hier. Passt auf, ich hab hier 2, 8. Kann man ja ein bisschen aufholen um die 5 Schaden. Aber ich nehm auf, ne? Und 7, 3. Oh, fuck. Stimmt. Aber ne, warte mal. Ich hab jetzt... Ja, das hattest du. 2.800 und 7.300 Schaden machen meine Waffen gerade. Bei 8, 7, 3. Jetzt skill ich mal kurz 5% mehr. Bei 8, 7, 3. Und jetzt... Bei 9... 7, 6. Das ist schon, ja... Also ich will echt nie wissen, wie viel die Frau an Schaden macht. Oh, das hat weh. Erinnerungspoto. Du ihn schon wieder. Ja, so eine Treppe hoch. Dann über so ein Dach und dann runtergesprungen. Er macht erstmal Parcours. Boah, sind hier viele. Aktivier! So, du kommst auch genau aus der richtigen Richtung. Ich kann nicht aktivieren. Ja, ich was? Alter, was da alles rum lag. Wo bist du denn? Ja, klar. Wie viele... Ja, sicher. Wie viele rennen da unten rum? Aua, aua, aua. Alter, wenn du da aktiviert hättest, ne? Ich glaub, dann wär mal ein Full Epic. Ich hab's nicht keine Muni mehr. Warte, ich geh da mal kurz runter. Da scheint mir jetzt richtig viel Loot rumzuliegen. Ja, drück gleich einfach B, wenn ich da bin. Ja. Aber hier ist überall so viel los, ey. Das ist voll heftsch. Ja, normal. Und wie wir auch gar nicht mehr diese Fässer benutzen, ne? Schon mal aufgefallen? Ja. Ich seh davon aber auch gar keine mehr. Ich hab grad einen gesehen, da fiel mir da wieder einen. Gewehrmoni. Yeah. Ich hab gleich keine Muni mehr für gar nichts. Bin ja nur noch am Ballern. Alter, ist das stark. Richtig krass. Kann jetzt gleich B drücken. Nee, noch nicht. Brauch noch 130 Meter nur noch. Okay. Und wenn er da noch in den Kopf schießt, ey, dann machst du richtig Schaden. Ja. Das haben sie echt toll gebalanced. Also, muss man sagen. Ja, da hat sich die andere Waffe im Grunde gar nicht mehr lohnt. Ja. Okay, ich hab'n Rämmer. N' Rämmer? N' Rämmer. Die heißen so, die einen immer rammen? Achso. Vor allem, ich hab' äh, grad' ne, ne, legendäre, ich nenn's jetzt einfach mal so, äh, ne legendären Streit kommen, der vollkommen geupgradet und so dann modifiziert ist. Und, äh, ich weiß grad' gar nicht, wie verstanden ich da pro Schlag mache. Ich guck mal kurz. Boah, beim Rämmer mach ich voll wenig Schaden. Digga, keine Gegner mehr. Oh, oh. Sonst komm ruhig mal. Ja, ich, ich weiß nur nicht, wo lang. Der Rämmer, da machen wir hier noch ne Mine hin. Guck mal, Rämmer. Aua. Alter, da kann man hoch. Ja, darum erwartet uns aber wahrscheinlich ein fettes Item. Fuck, sieht schon voll nach'n Jump'n'Run aus. Komm, Rämmer. Oh, jetzt schreit einer rum. Er kann sie nicht bewegen. Ah, er tut so weh. Er tut so weh. Okay, Rämmer ist relativ wenig Schaden. Mano. Ich will nicht meine ganze Muni an dem Vorball an. Oh, was will der denn? Ja, ist okay. Ich hab Rian gefunden. Sehr gut. Ich hab den Rämmer gleich down. Hahahaha, sauber. Alter, ihr liegt oben einer mit MS. Ohne Medikamente. Und ohne Essen und Trinken, wie scheint. Auch geil. Cool. Optimal. An der Grenze. Hilf Rian und bring ihm seine Medizin. Schau mal, Frau Mann. Am Abgrund. Geh zu Rians Haus. Lol. Ich kann hier rein. Wie scheint. Ich könnte da rein. Kann ich da jetzt einfach so? Ne. Da müsstest du B drücken. Aber ich glaub, das wär jetzt nicht so schlau. Gut, dann wären wir ganz woanders im Grunde, ne? Ja. Dann wären wir aber richtig weit weg wieder. Tja, muss Rian wohl sterben. Das tut mir leid. Hier ist ne Postkarte. Erinnerungsfoto. Oh, schick sie mir doch. Schick mir deine Postkarte. Hui. Elektronik-Shot. Ich hab mir so keine Ahnung, wo du bist, ne? Ja, da du nicht checkst, wo du da her musst. Geh doch einfach in die Richtung des... Ne? Des Zieles. Ja. Nur leider ist da... ...ne Barrikade. Ja, aber irgendwo konnte man da rüberklettern, ne? Ja, klar. Ist schon klar, dass man irgendwie da hinkommt. Ich mein, du bist ja da. Warte, jetzt sind wir nicht hier durch. Ja, okay, mit meiner Waffe mach ich auch 3.000, 4.000 Schaden. Also ich musste an so'n Hochstand hoch mit so'ner Leiter. Ja, da war ich, glaub ich, gerade. Aber ich lauf jetzt einfach mal hier durch. Drück mal B. Oh, oder so. Bitte warten. Weißt du zwar nicht, ob das hier richtig ist, aber du konntest B drücken. Na, jetzt war mal ne andere Side-Quest. Die besten Waffen befinden sich hier in Metallkästen. Stimmt da gerade. Bist du immer noch im Ladebildschirm? Ja, jetzt sind wir ja. Schon drei Zombies tot. Ja, verreck. Lohnt sich voll. Ja. Voll verschwendet. Guck mal, die anderen auch. Darf es die Schallgranate? Ja, du erschreckst die anderen, die noch nicht aktiv sind. Aha. Wow, ich hab ganze 6 Muni. Ich hab auch nicht mehr so viel. Wow, hinter uns. Hinter dir. Wo? Warum auch immer. Warte. Also ich könnte aktivieren. Ja, da drin vielleicht. Warte. Ja, aktivier, 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 aktivier. Lohnt sich. Mach ich. Glockst du mal zu dir. Hab ich. Ich hab nur nicht gesehen, wie viel das gab. Boah, wenn die kritisch sind, ne? Ich denke, ich denke genug. Bei der Menge. Oh, keine Muni mehr. Roller top, yeah. Danke. In dein Gesicht, Peter. NP. Yeah, Aufstieg. Ich kann auch aktivieren. Seh ich gerade. Besiege, Ogeo, Tod, Winkel, Mocke. Was? Das war ne Sidequests, die wir jetzt gerade gemacht haben. What the fuck? Ja, toll. Noob. Das ist egal. Du bist ja zumindest hier hingekommen. Ja, toll. Aber da hätt immer Ryan helfen können. Der hat MS und nix zu essen und keine Medizin und... Das ist MS der Krankheit? Puh, nee. Das bedeutet, dass du gesund bist. Okay. Hier, also wie er das immer liegen lässt, der Schmuck. Wer? Ja, du. Komm mal her. Ja, ich konzentriere mich erstmal auf die Gegner, ne? Wo denn? Hier. Vor allem, da drin ist dann ein Brecheisen. Ja, genau andersrum ist das sein. Ja. Genau, da vorliegt ein Brecheisen, man öffnet das und dann ist da nix drin. So meinst du? Genau. Geil, das habe ich mehr Schaden durch Feuerwaffen. Ah, und wir sollten ein paar switchen. Bei mir steht 17. Alles klar, dann sag ich mal, guckt in die Playlist und bis im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.